Drei häufige Fehler beim Außengewindeschneiden und wie du sie vermeidest. Außengewinne mit der Hand schneiden? Klar, das geht. Das braucht aber ein Tick Fingerspitzengefühl. Wenn du die folgenden Fehler vermeidest, dann klappt das garantiert. Fehler 1. Falscher Bolzenvorarbeitsdurchmesser. Schau die richtigen Maße in einer Tabelle nach und besorg dir dann den richtigen Bolzen. Oder bring ihn auf einer Drehbank ins richtige Maß. Fehler 2. Das Schneideisen ist nicht im Lot. Du musst das Schneideisen unbedingt gerade halten, damit das Außengewinde sauber wird. Benutze als Hilfe eine Schneideisenführung. Fehler 3. Du benutzt zu wenig oder gar kein Schmiermittel. Wenn du ganz viel Kraft brauchst und das Gewinde trotzdem nicht perfekt wird, dann leg lieber noch etwas Schneidpaste nach.